Kapitel 1, Darkham Zenova Let's get on with it Okay, das also führt uns zurück Gut Sicherheit Dann speichern wir auch nochmal selber Bis hier irgendwas Wegkommt Also wie groß ist der Screen? Wir können direkt nach rechts gehen Auch die Gebäude sehen alle schon ein bisschen so Creepy aus Fishmouse own Ist das eine He-Man Variante? Das ist ein Originalbild von HP Lovecraft Der nur Die Tentakel ran gekriegt hat Was ist das für ein Spiel? Okay, wir machen erstmal das offensichtliche und Also ich weiß nicht, wie die Frau läuft, aber das sieht eher wie ein Zombie aus Wir reden mal mit dem kleinen Mädchen oder gucken sie erstmal A weird looking kiddo in the middle of the street I think I'd better talk to her Hey little girl, what are you doing in the street by yourself this late at night? Hey big guy, what are you doing disturbing peaceful citizens for no good reason this late at night? Well, let me try that again What's your name, kiddo? If you must know It's Priscilla Are you sure you don't mean Priscilla? Do I look like the kind of person who can't correctly pronounce their own name? It's Priscilla What's your name, Smarty Pants? Uh, Buzz Buzz? My dad really loved his electric shaver You know, you won't get ahead in life with that kind of attitude, kiddo Oh yeah? What are you doing with your life? I'm a student and a librarian, if you must know Oh, so you must be like 22, right? Uh, give or take a few That few is definitely longer than you've been on this earth Okay, I won't say anything out loud But I'm thinking it Hey, I was just generally concerned Well, don't be Drop me fishing and let's hang up there And grandma let me come out on the street and try to get it But I can't reach it Oh, wie der Wie ist es so Sauer ist, dass sie nicht rankommt Und die Mietze guckt immer das Aren't your mom or dad around? Mom and dad moved to Fishsmith last month And we'll move there too Soon Not until I get my fishy! Alright, alright, settle down Can't grandma help you out? Grandma's been taking her bath for quite a while now Grandma says we'll go to Fishsmith soon We're just waiting for this big bathtub we ordered to be delivered Grandma can't go traveling without her new bathtub Alright, weird enough Ist ihre Großmutter selber ein Fisch? Aren't your mom or dad around? Mom and dad moved to Fishsmith last month So, you're just, uh, standing there, huh? People tend to do that in this kind of game Yeah, I always wondered about that I just like to watch them Sitting there In their little lies away Okay You know, this just feels wrong somehow I'm a dark-haired little girl Standing in the middle of the street at night Holding a doll by the hand Scared yet? Scared? Nope A little bit creeped out by how irresponsible your grandma is I'll give you that Okay, können wir hier Ach, Graffiti Dir helfen vielleicht? That sign keeps popping up all over the place lately Vielleicht Zeichen des Kultus? It somehow looks old Wouldn't know what to do with it Können wir vielleicht abzeichnen, haben wir irgendwas dafür? Nee It doesn't look like it'll snap me back to Cat Hood, Buzz Okay, okay Unheilvoller Turm That ominous tower belongs to the local waterworks I wonder if they can pump water up that high Sieht nicht aus wie so'n Wasserturm No thanks, I'll stick around for now I could land that ball with my eyes closed I just don't wanna You know, I've never crossed that bridge And I got there several times Ever notice how philosophical bridges are? People come, people go Oh, friggin' thoughts Go away Die kommen überall hin Übrigens von wegen Das Katzen immer Auf allen Vieren landen Vielleicht sollte man mal Simbas Papa da anschauen Egal Okay I doubt a little elevation would alter my perspective on things Nah, I need her around Used to be you'd absentmindedly open this door And the whole of Darkum would be flooded Is that water right here lapping behind the wall? Back then, door Now, wall Kitty, hast du was zu sagen dazu? Kitty has no use for that walled archway Gut, na, dann schauen wir uns mal hier das weiter an Fischpuppe Who has a Fischdoll? Think it's that little girl's fish doll I can't reach it from down here Chia lo yamos a katsu Hey, kitty How about you climb up and get that fishy for me? Well, you gotta ask yourself, Buzz What do we stand to gain from me exerting myself in that manner? Uh, nothing for now, I guess See? Don't anger me, feline Come on, Buzz You're embarrassing yourself Don't you wanna do it just to put a smile on that little girl's face? You mean that pale abomination? How about we have nothing to do with her or her face? How's that sound? Your heart is the tip of a glacier that was accidentally bitten off by a blind, evil old sea monster, kitty Don't try to flatter me It won't work Ach, das ist echt putzig so Schau, so Fisch als Mensch verkleidet Yay If they're trying to keep people away from Fischmuth, it's working I'd hate to have him do my taxes Not only do I have no use for it, it has no reason to exist Fischmuth's Own There, now I'm that one guy in the theater reading the title out loud That was as much interest as I could muster up about this shop sign Nothing to do with or about it I can climb higher than that, easy Nur wenn sie möchte I can climb that thing, nope Was ist im Schaufenster alles? Ugh, never could stand Fisch How people can eat that is beyond me I like that glass right there between those monstrosities and me We have bigger fish to fry, Buzz I see what you did there It's the door to the fishery It's closed and locked We have bigger fish to fry, Buzz I see what you did there So, was haben wir noch gefallen? Also wir haben diese Straße Christopher Valiant Street Never heard of him Thank you for your sacrifice, Christopher Valiant Tiny Prince says his body was found headless on the street So, they named it after him Charming story Well, he can now quit while he's ahead At least it brought things to a head Christopher Valiant is an okay guy There, happy? So, was gibt's hier schönes zu sehen, außer Das eine Foto gar nichts Man, that's one attractive dude This picture of a male model, I feel like I need, I need to have it Just to be clear, I'm not picking this up for personal use It's a picture of a male model, I picked up from the street The picture, that is Geben wir wieder nach links Kennen wir da auch, Dorian Cray Could've been worse Not sure how exactly, but it could've Here's to smoke in the void Thanks for being a good dude, void smoker That's Jeremiah Orne, Old Man Orne's ancestor He's practically the father of the Miskatonic library Thanks for the post-generational job opportunity, Jerry Statues are a new concept to Kitty, but she still doesn't look impressed Sie kann das, glaube ich, davor schon, nur War halt nicht würdig darüber groß Äh, ja Kommentare abzulassen So ist, die haben eine eigene Unanstalt Ein echter Joker I hear they've been having a bad problem over there Nah Nah It's really weathered, but I think it says Park gate removed due to blasphemous activities in the area Hop fence at own peril We do not refund garments or pay for hospitalization Now, we gotta keep the citizens informed Kitty can't read I'm learning real fast It's a nice-looking blonde lady Yup, definitely a nice-looking blonde lady Can I just stand near her, look at her Oh, yeah Nah Oh, she Nah, it's your chance to talk to a girl Hey there Hello Approaching lonely women on benches at night, are we? Not interested I'm sorry, miss, but I feel this strange urge To bother everyone I meet and ask a lot of questions I have no idea what you're talking about Sorry, let me start again My name's Buzz Oh, that's just preposterous I, uh, I have a B-shaped birthmark Nice evening we're having, huh? Really? Really? Why don't you just keep it original and ask for the time? I think I'm misrepresenting myself here Oh, sure, sure Gotta run So run Können wir das nochmal ausprobieren Oh, hätte ich jetzt einfach was weitermachen müssen Wäre das gegangen? Lass uns das mal testen Das würde mich schon interessieren Wurde gespalt, dass wir hierher kamen? Leider nicht Schade Können wir vorstellen, dass das irgendwie noch Interessant geworden wäre, wenn wir da weiter Diesen Anmachspruch Text vollzogen hätten Was meinst du, Sam-Di-Hu? Just wikipediate, you slacker Die Barrens nicht zu begriffen Oh, look at the cute voodoo dolls Who would just leave them here? On the other hand, who'd dare touch them? But they'd look great on that shelf near my bed These dolls are probably already voodified And best left where they are I don't go for dolls I'm more of a laser pointer girl myself Also aktiver Ähm Ich kann mich erinnern, dass es Bei voodoo Spielen, wo Beziehungsweise bei Ja Geschichten, wo es über voodoo-Küle ging Da ein Mann mit Totenkopfmaske Oder auch Totenkopf an sich Auftauchte mit Zylinder So ein bisschen als Mächtiger Herr Des voodoo ist Vielleicht ist der damit gemeint Das wäre meine Büste noch Ist vielleicht eure ganze Stadt schon so ein bisschen vor Tentakel? Ist das ein Nose oder ein Beak? Man, Darkham City Council is all weird When it comes to Statue-Choices Ja Ich will nichts mit diesem Mann Whoever he is oder was Statues are a new concept Wie weit kann man denn noch laufen? Da wärst du schon Big D Street Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist Ich bin sicher, dass diese Straße viel knalliger klingt Irgendetwas hat man denn Dankeschönig für Videogames Big D Okay, sonst sagt sie nichts weiter So, was ist mit dem Taxi? Taxi, nicht ein Geist-Tour-Bus. Hast du heute viele Kunden bekommen? Nicht, wenn du nicht aus dem Weg gehst, bin ich nicht. Da ist die blöde Frau hier. Oh ja, ich habe sie hier schon ein paar Jahre alt. Was kannst du mir über sie erzählen? Mann, das klingt wie schrecklich. Bist du ein Investigator oder was? Ähm, haben wir nicht gemacht, aber... Ja, B. Kerwin, PI. Ja, sorry, ich werde nichts sagen, Junge. Ihr Geschäft ist ihr Geschäft. Ja? Ich bin ein Freund. Ich bin ein bisschen über sie, also ich sie von ab. Oh, Freund. Genau. Ich habe... Ich habe, dass ich über sie gehört habe, was ihr Name ist. Du weißt, Taxi-Stuff, nichts schreckliches. Sicherlich, dass du es auch kennst, seit ihr Freunde sind. Ich habe eine temporäre Erinnerung. Ich werde dir auf das zurückgeben. Ich werde dir auf das zurückgeben. Ich werde nicht ohne mich gehen. Und zwar, wir sind beide verbrannt. Hier komme ich auch nicht rein. Das Mädchen ist immer noch da, gehen wir zur anderen Seite. Da kommen wir oben in unsere Bibliothek, können wir ja kurz auch nochmal gehen? Ja, aber zum Sicher sein ist ja nicht, vielleicht jetzt unser Chef irgendwas gerade macht. Da, Cam, was sagst du denn dazu? Hm, magst du's? Sag du's mir. Tja, sagst du jetzt? Vielleicht willst du ja irgendwann wiederkommen, wenn du zu lange als Erwachsenen unterwegs warst. Ach Steve, wer sonst? Wir gehen weit zurück. Er ist mit der Vegetation, Junge. Steve ist der Silent-Type. Sie würden sich nicht lieben. Okay, was haben wir jetzt? Dieses faszinende Buch, könnten wir jetzt mitnehmen. Ja? So, gibt's jetzt irgendwas noch in der Bibliothek? Bücherregal doch. Boah. Some of the most fascinating books I've ever read. I personally and lovingly arranged them all in one book rack. All gone. Such a loss. Mmh. Some... All gone. Ach je. Der Arme. She's nodding to books. Says you. Hahaha. Sonst hier erstmal was. Amazingly none of them. They're the last thing I need at the moment. That hogwash is the last thing I need right now. Okay, was haben wir noch hier? Ja. Kommen wir hier irgendwie weiter? Nö. Gut, wir haben aber jetzt das Voodoo-Werk. Okay, also nur wenn es dann passend ist, soll es genutzt werden. Hm. Okay, wir haben jetzt noch die Schere, die wir nicht gebraucht haben. Wir haben noch diesen Pilz-Cookie. Wir wissen jetzt mehr über Voodoo. Ich will nicht hier den Herr Handsome kümmern. Ich will nicht hier den Herr Handsome kümmern. Wie cool ist das? Ein warm, reddish-orange Glow emanates from it's tiny opening. Uh. Hello there. Password? Schwertfisch? Passwort-Sortfisch? Swordfisch? Ha. Too classic. Okay, wir testen es noch eins. Uh. Password? Ken sent me. Wrong game, my friend. Und nochmal. Password? Password? Nice try, buddy. Wir klappen können. Können wir unsere Katze da reinschicken? Even she can't squeeze in through there. Okay, wir müssen irgendwie hier das Password kommen. Hm. So, ein Boss? Yeah? I'm her legal advisor. I just keep close and make sure she doesn't do anything crazy. In that case, I don't know nothing, ain't seen nothing. Goodbye. Nothing. I'm her priest. I'm really worried about her. Her soul and stuff. Well, god bless your father. But look for divine inspiration elsewhere, will ya? Ach, Fischmaus. BND. Got us. Okay, brauchen also ihren Namen. Nochmal, ja? Anyway, I was wondering if you're waiting by this mysterious door. Oh, did he give you the boot too? He told me, I just have to sit for a while and rethink what I wished for my husband. He told you? The gentleman dummy. Oh, of course. So, what'd you wish for your husband? Why, his untimely gruesome death, of course. Of course. I'm Margot, by the way. I'm a friend. Sehr good. Charisma hoch. Nice to meet you, Margot. Can I ask what your husband did to make you homicidal? Oh, I'm perfectly convinced he's trying to murder me to get my money. Ouch. Wouldn't it be easier to just divorce or write him out of the will? Yes. I guess it would be. But what better way of responding to murder than with, well, murder? Genau. I'm never getting married. Say, you wouldn't happen to be a gun for hire, would you? I... I happen to be on anything for hire. Want to make an easy buck? I, uh, sheesh. I really can't this week. I have this cursed ancient tome and a talking cat to take care of, so, uh... I get the feeling you're pulling my leg, Buzz. Oh, you'd know if I did that. I'm a librarian. Oh, alright. Yeah. Ahem. I'm an undercover cop. Put him up. Pssh. Yeah, right. Let me see your badge, officer. I left it in my investigating pants. We got different pairs for different assignments, you know. Return in those pants and you're free to arrest me. Uh, Cleaners said they'll only be done by Tuesday. They got bad shining services too. I walked right into that one. So the gentleman wouldn't help you off your hobby, huh? Something about not doing any literal harm and using the forces for good to balance out recent events. Blah, blah, blah. Did you try marriage counseling? That's where I got this address. Oh, okay. Interessant, dass da weitergeleitet wird. Got a... So... Okay, wir kennen zumindest schon mal den einen Namen. Reicht das? So... Yeah. I'm... I'm a little... Oh, I happened to have overheard Shirley, you know. Sure. It's my friend Margo. Huh. Guess you weren't lying. Well, might as well tell you. She dropped something on the back seat when she left, but, uh, she was out of sight by the time I noticed. She... She's literally around the corner. Oh, yeah? How'd you feel about returning this to her? Looks like a letter. It might be important. You can't get out of the car, take a few steps in that direction and return it yourself. This is a business, kid. I might lose a customer. Yeah, sure. Let me have it. Good man. Say, you won't open it, will ya? Do I look like the kind of fella who'd pry into the opposite sexes' correspondence? I wouldn't know what that kind of fella looks like. Thank God. Here you go. Okay, wir lesen's automatisch. Geliebte Margo. Hier ist er, ein altmodischer Brief, da du gemeint hast, dass E-Mails leicht abgefangen werden können. Ich habe sogar versucht, ihn von der Hand zu schreiben, aber, naja, du willst das Ergebnis nicht sehen. Ich vermisse dich. Ah, dein süßer Duft, dein goldenes Haar, das im Morgenlicht leuchtet. Dein klitzerner, teurer Schmuck. Oh, Margo, Margo. Bist du sicher, was Tonys Absichten angeht? Mein Gott, er ist dein Mann. Wird er wirklich so weit gehen, dich zu verletzen? Oder mich, was das betrifft? Ich weiß, dass ich anfangs dagegen war, aber jetzt bin ich überzeugt. Du musst den Wudo-Gentleman aufsuchen und versuchen, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was nötig ist. Ich habe dieses Gesicht, Mann, ich habe dieses Gedicht über dich begonnen, aber es so schwer wurde zu finden, die sich mit deinem schönen Namen reimen, außer Cargo oder Embargo. Lago Embargo? Manker Island? Ich werde es weiter versuchen. Ich freue mich so darauf, dich zu sehen, dass es weh tut. Du bist wie der Sanitäter zu meiner schrecklichen Autobahn-Kollision. In Liebe und mit Unterbrechung. Charlie. Die Nice-Guy-Aura, also der nette Kerl zu sein, ist verschwunden. Aber wir haben es ja automatisch gelesen. Ich meine, er hat ja gar nicht die Auswahl, das anders zu machen, richtig? Wir übergeben es auch trotzdem an sie. Das ist gut. Das ist gut, was ich. Ich bin in diesem Gebet. Dann habe ich das Wort. Okay, es ist gut. Charlie, wer? Charlie, du bist ein Lieber, das ist derjenige. Things sind sehr kompliziert und er hat gesagt, ich sollte das aus hier. Ich brauch das Passwort. Na das, was ich. Also, wenn Charlie so sagte, das Passwort ist Fidelio. Fidelio. Okay, nicht etwas schrecklich, nur bleiben, ich bin drauf. Entstanden, Buzz. Oh, ich hoffe, dass alles gut funktioniert. Keine Angst, ich verstehe das. Na gut, Glückwunsch in Ihren Tentakeln. Auf Wiedersehen, Buzz. Und danke dir. Ähm, ja, sicher, kein Problem. Aber war auch schön, dass da dieser Teufel angezeigt wurde in der Katzengestalt mit Tentakeln. So, also wir fragen nochmal hier. Ähm, Fidelio. E-G&A E-G&A E-G&A